Willkommen! Mein Name ist Matthias Schlieff. Ich bin BFF Professional Member aus der Region Hamburg. Was auch immer ihr euch vorstellt, hinter dieser Tür passiert es wirklich. Moment noch, dazu kommen wir später. Ich fotografiere und filme schließlich auch noch viele andere Sachen. Meistens Werbung für bekannte Marken, aber auch freie und künstlerische Projekte. Manchmal bekomme ich sogar internationale Preise dafür. Meine Erfahrung habe ich beim Studium Modefotografie in Florenz auf vielen Fotoreisen, zum Beispiel für FC Gundlachs PPS Studios, als Fotograf für die Agenturen Team BWDO, die Economia und in über 20 Jahren als Freierfotograf mit der Basis in Hamburg sammeln können. Videos mache ich auch. Ist doch viel bequemer für einen Kunden, wenn die Fotos als Still oder mit Model und die Filme aus einer Hand kommen. Das spart Zeit, Geld und trägt die gleiche visuelle Handschrift. Meistens shoot ich Fashion, im Studio, Outdoor oder Indoor. Dabei schlafe ich nicht nur in Hotels, sondern nutze sie auch als Location. Da ist es naheliegend, auch für Hotels und die Gastronomie zu arbeiten. Also fotografiere ich nicht nur Models im Hotel, sondern auch Hotels ohne Model. Ich liebe Wasser. Bewegtes Wasser. Gefrorenes Wasser. Wasserfälle und Tauchen. Deshalb fotografiere ich auch gerne Mode am Strand. Aber ich wollte euch zeigen, was wir hier im Studio machen. Hier wird geschminkt. Und hier drüben, hier shooten wir. Auch ganz viel Largerie fotografiere ich. Ein wunderschönes Thema mit vielen kreativen Möglichkeiten, das eine hohe Spezialisierung und viel Erfahrung erfordert. So, jetzt wisst ihr, was hinter dieser Tür passiert. Welche Ideen könnten wir gemeinsam umsetzen? Mein Name ist Matthias Schlief. Ich bin BFF Professional aus der Region Hamburg und ich realisiere eure Träume. Und weil's die